Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield Multiplayer. Ich hoffe, heute läuft alles ein bisschen besser. Letztes Mal hat ja meine Aufnahme gespackt und dann noch Battlefield gespackt und dann bin ich auf einem 3000 Tickets selber gekommen und ach, war einfach alles Mist. Ich hoffe, heute läuft es besser. Heute spielen wir Vernichtung ohne Explosion, also kann ich getrost auf den Sanitöter gehen. So. Da hinten ist die Bombe, da laufen wir auch gleich mal hin beim Sterben. Aha, aha, aha. Und der Gegner hat schon die Bombe. Los Leute! Wo laufst du hin? Da hinten ist die Bombe. Oder ist die über uns? Die ist über uns. Aber müssen wir auch hin. Los, 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 los. Gut, das ist schon mal gut, sehr gut. Ah, verdammt. Ich sehe nichts. Ich sehe, dass da jemand gespottet ist, aber ich sehe... Wir haben jetzt die Bombe. Verdammte Kacke. Den hätte ich haben müssen. Ja, ja, dankeschön. Alles, was wir haben, hier ist dein Medikator. Danke, Mann. Puh. Los, 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 los. Jemand kontrolliert die Bombe. Schnappt sie euch. Ah, da war doch irgendwo einer. Wie, der Gegner hat die Bombe. Das können wir nicht zulassen. Nein, ah, ah, verdammt. Huh, huh, huh. Das war gar nicht mal so schlecht. Die Bombe ist früßend schätzt. Die Gäste, der ist unter dir. Steht. Aua. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Gut, mein Gott. Hört, geht auf. Wir haben dich, oder? Wow, mausendankt. Ja, kein Problem. Hey, danke für die Hilfe, Doc. Granate. Alter. So geht es, Leute. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Munition mehr. Die erste Hilfe ist unter dir. Nehm. Feindlicher Soldat gesichtet. Das ist ziemlich blöd, so ohne Munition. Liegt hier über einen Gegner rum vielleicht. Nämlich die Pistole abnehmen kann. Bombe wurde vom Feind scharf gemacht. Das ist nicht gut, Leute. Oh. Der wurde vom Feind gezündet. Das ist scheiße. Gut, jetzt müssen wir warten, bis die nächste Bombe kommt. Und dann hoffen, dass es besser läuft. Ah. Jei, jei, jei. Bereithalten für Befehle. Unsere Speer versuchen, die neue Bombe zu abnehmen. Hm? Ich habe doch gerade eben noch jemanden rennen hören. Ich habe ein letztes... Okay. Ich will nämlich meine Squad-Punkte nicht verlieren eigentlich. Hoch bleibt die Bombe. Ich brauche immer noch Munition. Hey, gib mir mal ein paar Kugeln! Wir haben die neue Bombe lokalisiert. Das ist gut. Da rennen wir gleich mal hin. Gehen wir aber hier unten rum. Leute, ihr habt doch bestimmt Munition für mich. Naja, geht auch mit Pistole. Ach, ich hätte gucken müssen, was er für eine Waffe dabei hat. Ach, verdammt. Achso, keine... Keine Explosion. Werde ich bestimmt gekippt. Ich habe auch gleich hier keine Munition mehr. Ach, verdammt. Hm, hm, hm? Das gibt es nicht. Jetzt habe ich keine Pistole und werde erschossen. Äh, echt ärgerlich. Aber die... Das ging jetzt eigentlich gar nicht mal schlecht. 6 zu 1. Boah. Hey, keine Explosion, Leute. Hier ist dein Mediket. Hier ist das Mediket. Die beiden, die beiden, die beiden. Die erste Hilfe ist unter dir. Dimm. Unser Schwerer hat nicht Kontakt zur neuen Bombe. Holt sie euch. Alter. Wegen 10 Gehund... Gehundheits. Ja, Gesundheitspumpen. Ah. Ah, der hat mich vorhin schon abgewischt. Das wird meine Nemesis. Sehr gerne. Mit der Soundkarte klingt alles so nah. Los, geh. Geh, 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 geh. Geh, ich geh voraus. Ich geh voraus. Ich geh voraus. Ah. Sie wurde fein gelassen. Ah. Ich wollte gerade ausweichen. Ah, wie ärgerlich. Danke, Leute. Oh. Schade. Ah, wir verlieren. Das finde ich nicht gut. Ah. Ach du meine Schwester. Aber so macht Lockerisch richtig Spaß, wenn es nicht so viele Leute sind. Also so höchstens 32 Leute. Mehr sollten es nicht sein. Ah, jetzt muss ich hier spawnen. Und das sind natürlich auch meine, meine ganzen, die habe ich nicht gesehen. Jetzt bin ich einfach blauäugig da reingelaufen. Wir werden vernichtet. Wir werden vernichtet. Scheiße. Und wo? Ach. So, Leute, jetzt aber. Keiner mehr da. Ah, da, da, da. Ich hab mal ihn gesehen. Diese grünen Laser, eh. Hä? Hä? Ich weiß nicht, von wo sie kommen. Ich lauf mal in die Richtung. Und schau. Da kommt keiner. Gut. Ach. Oh, da liegt ja einer. Ich renne zur Bombe. Ich renne zur Bombe. Ei, 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 ei. Ja gut. Das war klar. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo hinzurennen. Verdammt. Und ich hatte keine Muni mehr, vor allem. Das war ja das allerschlimme, stimmt? Leute, spotten bitte. Ah, es wird ja auch noch wieder belegt. Ja. Ich hatte Sex. Alter. Ich hasse Origin. Jetzt bin ich richtig angepisst, wegen dem scheiß Origin. Ich bin jetzt richtig im Rage-Modus, wegen dem scheiß Origin. Das Schlimme ist, wenn, 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 wenn das, äh, jemand online kommt, in Origin, und man dann, wenn man dann auf Beitreten unten klickt, dann geht man in den scheiß Chat rein. Ach, verdammt, ich darf ja gar nicht. Ich war schon weg. Das gibt's nicht. Warum habe ich da jetzt niemand getroffen? Okay. Sie kommen von hinten. Wir werden gerade ziemlich überrannt. Hämmer ist bald vorbei. Heftig, heftig, das Spiel. Aber locker wird so wenig... Leck mich doch am Arsch. Ich umlaufe euch jetzt. So, mehr oder weniger. Leck mich am Arsch. Ich habe ihn einmal getroffen. Warum hat er 100%? Ganz ruhig, Simon. Ja, ich sage ihm, es ist gleich. Jetzt haben sie es gleich. Ja. Ich bin jetzt so aufgeregt in einem scheiß Origin. Ihr müsst es, äh, ich hoffe, ihr seht meine Maus. Hier unten geht ja dann das Beitretenfeld auf. Und da geht auch das Chatfenster auf. Sprich, wenn jemand online kommt und man zufällig da drauf drückt, weil man beitreten will, drückt man aufs, äh, scheiß Chatfenster. Immerhin war die Runde für mich jetzt gesehen gar nicht mal so schlecht. Ich werde wahrscheinlich noch eine Runde hier aufnehmen. Und, ja, dann würde ich sagen, man sieht sich das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.